Ich bin ein Stadthalter Michaels, des Erzengels, der gekommen ist an allen, die in dieser Streitsache des Junkers Partei ergreifen werden. Ich rufe das Volk auf, sich zur Errichtung einer besseren Ordnung der Dinge an mich anzuschließen. Warum willst du dein Haus verkaufen? Weil ich in einem Lande liebste, Lisbeth, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Woher weißt du, dass man dich in deinen Rechten nicht schützen wird? Ich, Kohlhaas, habe die Stadt in Brand gesteckt und werde sie, wenn man mir den Junker nicht ausliefert, der Gestalt einäschern. Luni! 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 Vielen Dank.